hallo leute und willkommen hier bei me applecat den zusammenbau den habt ihr bereits gesehen von dem quickie mart und heute gibt es das volle review dieses lego sets also es ist natürlich kein original lego das hier ist der china klon der leppin nachbau des original simpsons quickie martes und schauen wir uns jetzt mal im detail an denn details liebe freunde gibt hier und wir gehen jetzt alles mal langsam durch von außen nach innen und ich zeige euch einfach mal alles das wird doch toll also legen wir direkt mal los etwas kleinem nämlich mit dem polizeiauto von chief wiggum das hier als zubehör noch mit dazu gebaut wird ist ein schönes teil hat auch so ein paar kleine lustige lösungen also übrigens fast alles was ihr hier sehen werdet in dem set sind aufkleber also hier sind sehr sehr viele aufkleber dabei unter anderem auch hier dieses nummernschild mit number one dofus springfield usa dann haben wir hier an den seiten das hier sind noch mal aufkleber mit springfield police drauf und 911 noch mal das nummernschild 911 911 und nummernschild so sieht es aus hier oben haben wir noch das blaue licht schön gelöst mit solchen einmal zwei fliesen einfach nur unter die türen die kann man auch noch aufmachen so ja schön oder ihr seht wir haben hier drin so jumper plates drin dass man dort auch noch eine minifigur dann reinsetzen kann wunderbar hier ist noch die handbremse mit dabei die man auch noch anziehen kann wenn ich mit dem dicken finger rein käme und ja lenkrad haben wir auch noch drin dann hier so ein armaturenbrett was wieder ein aufkleber ist und wenn ihr hinschaut dort seht ihr den angebissenen donut der natürlich im polizeiauto nicht fehlen darf okay türen noch mal zu schauen wir kurz hier auf die scheiben die sind ich weiß nicht ob man es erkennen kann hier kann man ein bisschen sehen ja das ist so leppin typisch also die kommen nie wunderbar sauber an sondern die sehen immer schon aus als wären die eine ganze weile in der legokiste gewesen die sind also ein bisschen verkratzt und da nicht ganz so wie man das jetzt von lego her kennt aber es geht es ist schon in ordnung aber wie gesagt ich glaube die schmeißen die direkt nach der nachdem die aus der gussform rauskommen in den großen bottich rein da wird alles umgerührt das alles schön gleichmäßig dann verkratzt ist und dann wird es ausgeliefert also das kann man übrigens dann auch später sagen hier zu allen teilen die transparent sind türen fenster das ist überall dieselbe geschichte also da ist alles schön verkratzt ab werk aber schon ja also schauen wir noch weiter noch ein schönes detail wir können hier hinten den kofferraum öffnen drin liegt nichts ihr könnt irgendwas reinlegen aber kann man auch noch aufmachen also kofferraum und führen ein nettes kleines polizeiautochen ja schön also das schon mal zur seite und ich gebe euch einmal den kurzen überblick hier sind einige minifiguren mit dabei nicht nur die drei die hier zu sehen sind die anderen sind da drin wir schauen uns die einfach an so wie wir herankommen und ja schön sie da aus oder haben sie wirklich von lego echt schön nachgebaut der sieht aus wie eben der quickie markt wie man ihn aus der serie kennt auch hier nochmal mit aufklebern quick und mart sind aufkleber das ist gebaut aufkleber 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 ja das war es erst mal auf der seite gehen wir mal etwas weiter rum dann sehen wir hier noch mal aufkleber aufkleber ein paar details steine und ja ein schornstein oder nicht hin den man dort sehen kann dann haben wir den hintereingang mit aufkleber aufkleber und ja das hier ist ein besonderer bereich zeige ich euch nachher warum der ganz ganz besonders ist hier bei dem set dann haben wir hier nochmal aufkleber der verrückten katzen lady und hier ja die klimaanlage und hier das ist der fahrplatz für den müllcontainer aufkleber 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 so also einmal ach und hier telefon aufkleber 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 andere seite auch noch also viele viele aufkleberchen sind hier mit dabei aber jetzt startet die shaky cam und ich zeige euch alles ganz nah im detail und wir beginnen einfach mal mit den minifiguren die wir hier sehen können ich starte hier mit dem shop besitzer mit apu und so sieht unser lieblings in da aus mit besen denn er muss ja hier ordnung halten und was hier leider schon auffällt der druck der ist nicht so besonders toll das zieht sich hier durch die minifiguren auch durch wenn ihr euch jetzt hier mal das auge anschaut hier an der seite da ist das weiß nicht richtig durchgedrückt oder durch drüber gedruckt sondern man sieht da unten dieses braune plastik noch durch und das sieht nicht so sauber aus auf der anderen seite ja sieht es etwas besser aus wobei da der druck von dem auge nicht ganz bis zum rand rüber geht er könnte auch ein augenlid sein aber ich glaube eher das ist eine druck problematik ansonsten sieht er in ordnung aus oder kann man nichts dazu sagen sonst ist er in ordnung eben auf den augen ist es etwas unsauber das gleiche hat man hier auch an den armen hier die abschlüsse wo der druck endet von seinem shirt auch der ist nicht besonders sauber abgeschlossen und ja es könnte auch ein bisschen mehr farbe einfach drauf sein wenn man das braun hier einfach noch durch sehen kann so hinten hat er dann keinen druck und vorne hat er dann sein schönes was mir wieder sehr gut gefällt sein shirt mit apu nach kamera stellt scharf mit apu namens schildchen dran und apu ist ein richtiger mann der hat drei haare auf der brust sehr schön also das ist apu ich stelle ihn mal zur seite wir machen mit einem weiteren richtigen mann weiter snake also der kriminelle und schauen wir uns den mal im detail an wie sehen denn dort die augen aus und ich muss sagen die sehen deutlich besser aus also da sind die sauberer reingedruckt auch hier sein drei tage bad sieht man schön aufgedruckt also da gefällt mir der headprint hier wesentlich besser wir haben hier sogar noch so ein kleines detail wie hier seinen ohrring den er hier trägt und natürlich nur ein ohrring ist ja viel cooler und da schöne tolle schöne haare noch hinten hat er keinen druck drauf vorne ebenso t shirt und jeansjacke würde ich mal sagen da noch hier die handschellen mit dabei und ich nehme die mal eben ab dann könnt ihr nämlich auch wenn ich sie dann abbekomme ja sehr schön also die handschellen habe ich dann jetzt mal ab und habe ihn gleich dabei befreit also hier war die plastik qualität jetzt nicht so toll da ist mir die handschelle kaputt gegangen so ein käse meine güte so also da merkt man dann manchmal doch schon die qualitätsunterschiede von original lego da ist hier das plastik nicht ganz so hochwertig und ich kriege das ding nicht ab ich lasse es jetzt einfach dran bevor ich hier noch mehr kaputt mache aber ihr könnt sehen snake hat sein schlangen tattoo hier auf dem arm drauf ja also das ist unser krimineller dann könnte ich ihm das hier ja noch als zweiter handschelle um machen und dann sagen wir einfach der hat die selber durchgeschraubt oder ist auf der flucht dann fällt es keinem auf als dritten im bunde haben wir hier noch unseren el bato bart simpson und ihr seht schon der hat diese kurzen beine hier verpasst bekommen die auch gar nicht bewegbar sind sondern das ist alles so in einem stück steckt man dann hier drauf damit er dann einfach kleiner aussieht als die anderen figuren und auch hier ist der druck naja so ein bisschen unsauber geraten hier das shirt das ist schon sehr unsauber am rand also das sieht nicht schön aus die andere seite sieht da etwas besser aus und schauen wir uns mal die augen an ja die sind doch die sind ganz gut gedruckt wobei das weiß könnte weißer sein also da haben sie irgendwie an der farbe etwas gespart ansonsten sehen wir hier keine details an ihm dran die hose ist aufgedruckt die beine noch gelb könnte ein bisschen kräftiger sein von der farbe her aber das passt schon soweit ja da haben wir unseren bart denn nur finde ich so eigentlich ganz okay hier oben mit seiner krause und hier noch mal mit einer sprühflasche denn er ist hier graffitisprüher das graffiti das zeige ich euch nachher noch wo er das hingesprüht hat so das war unser bart und dann haben wir die figuren die draußen standen auch schon einmal durch gehen wir mal im detail etwas näher ran wir haben hier diese ja keine ahnung kisten wahrscheinlich irgendwelche kisten die geliefert wurden hier noch draußen stehen noch nicht rein geräumt wurden die haben wir hier stehen in so einem violett und blau oben drüber haben wir dann ein erstes schild das ist eine zweimal zweier fliese mit aufkleber quickie markt parking only also da weiß man wer hier parken darf gehen wir direkt weiter da haben wir dann eines der schaufenster und da haben wir auch noch einen aufkleber drehen jackpot play to win hier also das gehört natürlich zu so einem markt dabei hier hinten könnt ihr schon sehen march ist am einkaufen das schauen wir uns dann später mal an wir gehen hier weiter rüber hier noch ein kleines schönes detail ein fahrradständer lässt sich so bewegen ist hier so reingeklippt und natürlich die türen die kann man natürlich öffnen und dann kann man schön hier in den markt reinschauen etwas dunkel im moment aber nachher glaube ich es auf dann sieht man mehr aber was man schön sehen kann das macht so schon spaß reinzuschauen wenn ich dann mal von rechts nach links gehe wir sehen an unseren zeitungs kiosk und hier ein paar regale also echt schick aber ich mache noch mal zu wir schauen weiter werbeaufkleber drink up bus cola haben wir da auch noch könnt ihr hinten dran schon die zeitschriften sehen die da drin stehen noch mal ein zwei eine zweimal zweier fliese mit parking only aufkleber drauf und dann hier richtig schön unsere telefonzellen mit zwei telefonen hier das sind übrigens ja das sind bedruckte fliesen bedruckte einmal zweier fliesen wo dann eben hier diese telefon bedienoberfläche drauf gedruckt das sieht eigentlich mehr aus wie so ein android handy aber ja ganz schön mit telefonhörern und hier an der seite wie gesagt haben wir auch noch mal die aufkleber ein telefonhörer auf der seite und einer auf dieser seite und weil das hier ja festnetz ist geht natürlich hier auch das kabel der telefone hoch bis und das dach sehr schön und an der seite haben wir hier unseren extra stellplatz für den müllcontainer das kann man auch aufstellen hier diesen kleinen hebel kann man hoch machen und dann bleibt die tür hier zumindest ja etwas offen ist vielleicht schon etwas lockerer geworden aber ja ein bisschen offen bleibt sondern kann man hier den müllcontainer rausschieben den habe ich euch beim zusammenbau video ja schon gezeigt wenn ihr das noch nicht gesehen habt schaut doch mal rein ist ganz interessant mal zu sehen wie das hier wächst also wir haben hier unten drunter die rädchen die sich aber nicht drehen die sind dann nur angedeutet ansonsten alles mit fliesen verkleidet und aufmachen kann man das teilen dann auch und da haben wir dann auch noch mal zwei solche mülltüten drin kommt sie denn raus da könnt ihr sehen also solche mülltüten haben wir da noch mit drin und die packe ich jetzt auch mal wieder flotter rein soll ja ordentlich sein klappe zu und zurück in die box und ja so ist das ding und wenn ich jetzt mal hier rumgehe sehen wir auch gleich wo bad sich hier verewigt hat elbato da hat er sein graffiti hingesprüht auch hier haben wir noch mal aufkleber no dumping springfield seal code was auch immer das bedeuten soll 77621 und ja ein steckbrief wanted for reason for treason wer ist denn das das sieht ja aus wie der gründer von springfield würde ich mal sagen zumindest der linke den rechten hier den kenne ich nicht gehen wir noch etwas weiter rum dann haben wir ein sehr schönes kleines detail wieder und zwar hier die lüftung oder klimaanlage die hier angedeutet ist mit hier dem lüfterrad und das dann hier auch hoch geht mit der stromversorgung oder sicherungskasten irgendwie sowas in diese richtung hier sehen wir dann schon mal ja das sieht aus wie so eine verstrebung oder wie so ein schornstein was hier von unten nach oben hoch geht und ganz schick was so einen richtig schönen kleinen comic look noch bringt sind hier diese ja diese steinwand steine oder wie soll man das sagen also steine die aussehen als wäre hier wirklich solche pflastersteine oder backsteine verbaut ja mal so ein bisschen farbunterschied zu dem normalen gelb dann hier dieses hellere braun dunklere braun sieht schön aus und hier können wir dann auch die gelenke sehen mit denen dann später das ganze gebäude aufgeklappt werden kann gehen wir weiter rüber dort finden wir noch mal ja ein plakat oder ein aufkleberchen 30 verlorene katzen call me die verrückte katzen lady die kennt man ja und die verrückte katzen lady in lego schaut mal her hier ist nämlich auch ihre hand eine lego hand auf diesem sticker wieder mal schönes kleines detail gehen wir weiter rum auf die rückseite noch mal hier die totale da gibt es nicht viel zu sehen kein aufkleber kein aufkleber hier haben wir einmal net flanders leftorium also sein laden für link sender den er mal hatte also der leftorium die nächste rechts und dann ist man schon da scheinbar auch hier wieder mit lego hand also denn lego net flanders und jetzt haben wir hier noch mal diese schicken steine verbaut hier so als abwechslung und ja das hier wenn ihr euch fragt was das ist das nennt sich notlösung denn hier haben steine gefehlt hier waren eigentlich andere steine für vorgesehen auch so gelbe glaube ich die waren einfach nicht beim set dabei das ist halt läppchen da fehlt auch gerne mal was und ich habe dann einfach hier mit dem was über geblieben ist dass hier erst mal vorläufig so zugebaut also da war noch so ein brauner stein übrig oder mehrere die habe ich hier reingesetzt und die letzte lücke einfach hier mit diesen runden einmal einser steinen dann zugemacht ist jetzt nicht so tragisch weil von hinten sieht man es seltener aber ja es hat wieder mal was gefehlt so gehen wir weiter rum hier seht ihr ganz witzig noch mal ein detail hier unten das mauseloch und ich kann euch sagen da wohnt auch jemand drin das sieht man dann später und hier unsere employees only auch wieder ein aufkleber die hintereingangstür nur für angestellte die man natürlich auch öffnen kann und da seht ihr auch schon den bewohner hier hinten ja nämlich eine maus da unten da ist sie drin mit ihrem stückchen käse und mehr gibt es erst mal nicht zu sehen also türen noch mal zu gehen wir noch mal weiter rum auch hier haben wir noch mal ein plakat spider pic the musical hier könnt ihr auch sehen dass hier manche steine so ein bisschen schmutzig geliefert werden also die sind nicht immer ganz so sauber wie man das von lego kennt da sieht man öfters noch irgendwelche ja manchmal ist so ein ganz leichter ölfilm oder sowas mal drauf von den maschinen denke ich ja das ist einfach läppchen das ist abenteuer mit mitgeliefert sozusagen also spider pic the musical dann noch mal hier ja die hinges womit nachher aufgeklappt werden kann und ja ansonsten wie man es schon von der anderen seite erkennt und noch ein letzter aufkleber haben wir hier springfield seafood 50 prozent mehr fischaugen hier ist atomkraftwerk halt ja da gibt es auch mal fische mit drei augen und das war dann erst mal hier so die außen ansicht bis auf natürlich das ganz besondere unser quickie mart schild und ich habe es schon ein paar mal erwähnt dass ein aufkleber mit dabei das quick hier ist ein aufkleber das mart ist ein aufkleber und das wird aus so kleinen steinen einmal eins an einmal zwei an dann gebaut macht sehr viel spaß das so zusammenzubauen ansonsten schönes massives schild ist hier hinten dran befestigt kann man schön sehen hier mit so einem slope und dann wird es hier oben so ran gebaut und er ist sehr stabil das fällt also gar nicht ab da braucht man keine sorgen zu haben wenn wir schon hier oben sind schauen wir uns noch kurz das dach an also standardmäßige dachfliesen sind das in so einem schönen braunen ton macht sehr viel spaß das zu bauen denn dann geht richtig was voran manchmal sind hier allerdings auch schon macken drin kann man sehen wie hier zum beispiel und hier auch noch mal ja das sieht nicht immer so ganz sauber aus wie man das jetzt hier von lego kennen würde auch hier ist das noch ich weiß gar nicht vielleicht kleberest oder irgendwas auf jeden fall ist das nicht ganz sauber die steine aber stört mich jetzt ehrlich gesagt nicht großartig ich finde dass sie trotzdem sehr schön aus hier mit dem dach und es gibt auch noch was auf dem dach zu sehen denn wir haben dort einen dachgarten von apu also wir haben hier verschiedene beete das hier sieht aus wie ich weiß gar nicht kirchen oder sowas und karotten die hier angepflanzt werden hier haben wir noch mal die klimaanlage und da fällt euch vielleicht auf wir haben hier unterschiedliche lila töne also das dunkle und das helle lila und das ist so nicht gewollt das sollte alles in dunkel lila sein oder waren einfach die steine mal wieder in der falschen farbe mit dabei ja auch jetzt nicht so tragisch ich meine nicht so schlimm dass ich mich jetzt beschweren würde aber erwähnenswert also die hell lilanen steine hier die sollten eigentlich dunkel lila sein wie der rest hier auch und beim dach gab es da noch mehr problemchen ja was die farben hier an betrifft und zwar haben wir ja hier oben diese schönen dachfenster die sind alle so blau etwas transparent passt alles und dann haben wir hier diese steine diese einmal ich weiß gar nicht genau wie die heißen diese einmal zweier die hier so geriffelt etwas sind und das hier ist die farbe die eigentlich ja alle steine hier haben sollten dieses helle grau aber da waren einige dabei die haben hier dieses dunklere etwas silbrige grau die man dann hier verbauen musste also das ist hier 1 2 stück die hier einfach in der falschen farbe mit dabei waren ich weiß nicht ob man es von der kamera gut erkennt das ist die falsche farbe und so hier oben sollte es eigentlich aussehen ja es ist auch kein riesen faux pas kann man mit leben aber ja da waren eben die falschen steine bzw die falschen die richtigen steine in der falschen farbe mit dabei so und dann würde ich sagen hätten wir es von außen doch schon mal und wir gehen auf die rückseite und dann zeige ich euch mal wieder hier auf klappt und dann geht es innen drin weiter